Jet Donkey, halt dich fest, um Himmels Willen! Nein, warum bin ich abgesprungen? Ich glaube, ich möchte wirklich an das Fass da. Vielleicht sollte ich es auch treffen. Nein. Nein, das war schon wieder... Ich habe nicht drauf geguckt. Mann! Oh, ich sehe da oben einen Bonusfass. Ist das ein Bonusfass? Ich will hier wieder raus. Lass mich hier raus. Nein! Das war kein Bonusfass, das war der richtige Weg. Wobei mein letzter Checkpoint... Egal! Nein! Daneben. Sag ich doch, bestimmt nichts versteckt. Wie gemein! Wie gemein! Nein! So. So mache ich das nämlich einfach. Und plötzlich geht's. Ui! Das, ja, gut, da, da konnte ich mich drauf einstellen, Spiel, ja, mhm, okay, ist klar. Fuck this shit! Fuck it to hell! Ah, na, na, pff! Super! Ne, zumindest muss ich mich nicht mehr um das Puzzleteil scheren, de 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 de. Ähm, okay. Ich schau mich jetzt erstmal... Okay. Ich schau mich nicht um. Nee. Ich hab mich... Ich hab mich umentschieden. Ich schau mich nicht um. N-n-n. Yikes! Das war nicht knapp oder so. Nein, nein, nein. Ah! Ah! Ah, ich verstehe. Okay. Hm. Scheiß auf Physik, Mann. Der blöde Luftstrom hat mich noch erfasst. Mit dem letzten, wahrscheinlich verbleibenden Pixel bei der fucking Hitbox. Super. Da konnte ich mich jetzt voll zu wehr setzen. Ja, mhm. Ich versuche meine Augen offen zu halten nach irgendwelchen Secret-Exits, aber ich sehe nichts. Hahaha. Ja, ich weiß, was ich hier machen muss spielen. Bitte. Bitte. Das war klug. Hahaha. Hahaha. Uh! Was war das denn? Hahaha. Das war super. Hahaha. Hm. Ich sag dazu jetzt am besten gar nichts. Nein, was mach ich denn? Ah. Ah, zu früh gesprungen. Ah. Uiuiui. Okay. Nein! Ach! Gut, Donkey. Gut. Gut. Das war gemein. Hahaha. Iiiiihihi. Was ist ein Raketenfass? Haha. Willst du mich verarschen? Spiel. Hahaha. Ja. Hahaha. Super. Aha. Ah. Ja. Ja. Ah, oh Gott. Jawoll. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, liebes Spiel. Keine Worte. Hahaha. Mal wieder. Keine Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass man da überhaupt dran vorbeispringen kann. Hahaha. Ach. Gut. Ah, wie blöd. Ähm. Ah, die Wolken verschwinden. Hahaha. Hahaha. Und wenn ich Puzzleteile finde, kann ich mich einfach in den Abgrund stürzen und es nochmal probieren. Haha. Ich habe mein Leben dafür geopfert.